Der Rauchquarz ist auch ein ganz wunderbarer Schutzstein, der zum einen die Negativität in Licht verwandelt und von uns abschirmt und zum anderen hilft er uns aber auch unser Licht, unser Seelenbewusstsein auf dem Planeten Erde zu leben. Also es ist auch ein wunderbarer Stein, um wirklich mit unseren spirituellen Gaben besser in Kontakt zu kommen und diese wirklich auf die Erde zu prämieren.